Naja, wir können immer noch zurück zum Kraftwerk gehen und... Zwecklos! Das Konzert fällt aus! Absagen! Das ist ein Desaster! Doch ohne Strom, ohne Generator, wo den Strom hernehmen... Eines ist... ganz unmöglich... ...den Strom selbst zu erzeugen. Und wenn wir den Hometrainer benutzen? Wie genial, Streifhof! Wir versorgen das Konzert mit Strom, indem wir kräftig in die Pedale treten. Ein sehr intensives Fitnesstraining. Tja, lasst uns richtig schwitzen und rettet das Little JJ-Konzert. Hat jemand vielleicht noch eine andere Idee? Musik ist meine Liebe, mit der ich fasziniere. Popsongs sind für alle da, auch wenn sie's nicht wirklich sehen. Wie der hier, er geht weiter und weiter und weiter. Lass uns alle jetzt tanzen. Komm schon, der letzte Song ist fast zu Ende. Nutze jetzt alle Energie, die du noch hast. Danke! Danke schön! Danke schön! Ah!